Jetzt mal Klartext. Startup-Hubs gibt es wie Sand am Meer. Aber es gibt nur eine DB Mindbox. Wir sind der direkte Draht für junge Startups auf die Schiene. Fünf Jahre Erfahrung, 60% Folgekooperation bei mehr als 100 Alumni, die mittlerweile mehr als 80 Millionen Euro Funding akquiriert haben, sprechen für sich. Aber von vorn. Hi, ich bin Nils. Ich bin der Programmanager für das DB Mindbox-Programm Future of Operations and Maintenance. Ich suche innovative Startups aus allen Funding-Stages für strukturierte 100-Tage-Programme. Wenn ihr mit uns arbeitet, bekommt ihr insbesondere echte Daten, echte DB Expertise und echte Probleme. Denn davon kennen wir ein paar. Dabei unterstützen wir euch mit 25.000 Euro No Equity, Coaching, Mentoring und knallhartem Projektmanagement. Bewerbt euch bis zum 6.12. auf unserer Webseite www.dbmindbox.com für einen unserer zahlreichen Use Cases. Let's think inside the Mindbox.